Freunde, heute spielen wir Ball-Essen-Simulator. Und ihr wisst ja alle, ich war hier mal bei 20 Millionen, der größte von allen. Aber heute habe ich mich dazu entschieden, nochmal neu zu starten und den ersten Ball hier aufzuerst. Komm her! Dich fresse ich jetzt erst auf. Ey, wo rennst du mir lieber? Ryan, da war eine Barriere, der hat es nicht gesehen. Aber Leute, heute haben wir noch jemanden Speziellen dabei. Nämlich haben wir heute... Oh, komm her, Ball! Wo ist, wo ist Lea? Lea meinte, sie spielt heute auch zu spielen und sie meinte, sie wird größer als ich. Lea, wo bist du? Bist du hier auch in der Lobby? Ja, ich esse gerade so Bälle auf. Wow, schau mal, wie groß ich schon bin. Ähm, Lea, ich bin auf dem zweiten Platz, Junge. Du bist irgendwo ganz unten. Oh nein, ey, der Typ verfolgt mich. Der Typ verfolgt mich hier hinten. Was willst du von mir? Warte mal, ich habe mehr als den. Ich habe mehr als den. Ich kann ja auch fressen. Let's go! Ich bin schon mal eine Million hier gegen das denn. Guck mal, wie riesig ich bin. So groß, Mann? Wow. Oh yeah. Ey, Lea, warte mal, bist du gerade bei 7000, Junge? Wie schlecht ist das denn? Warte mal, bitte friss mich nicht auf, okay? Nein, ich fress dich nicht auf. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Du bist leer. Ich fress den Typen da hinten auf, aber... Leute, ich habe mich kurz gestummt. Freude, natürlich werde ich Lea auffressen, aber nicht jetzt, weil erstmal muss ich hier vorne die anderen auffressen. Und wenn ich sie sehe, dann werde ich sie direkt auffressen. Das wird so lustig. Ey, irgendjemand. Ich bin Platz 1. Ich bin direkt Platz 1. Und warum heiße ich abonniert Orxy? Nur weil Orxy sich auf meinen Account gehackt hat. So, als nächstes will ich den Typen da vorne essen. Ich bin jetzt bei einer Million Leute. Und ich werde heute Lea bei der Freunde so richtig pranken. Sie wird richtig ausrasten. Und später kommen auch noch andere Freunde online. Und ich werde die alle aufessen, Leute. Das ist viel zu lustig heute. Also, Lea, ich bin wieder da. Was geht ab, Junge? Du bist erst bei 8000. Wo bist du so ein... Bist du so eine Lahmschnecke eigentlich im Ball fressen? Ich weiß nicht. Irgendwie ist jeder größer als ich. Das ist voll doof. Ja, Lea, du musst halt besser werden und mehr trainieren, so wie ich, Junge. Ich habe das Spiel schon richtig oft gespielt. Guck mal, hier habe ich 4 Millionen. Habe ich... Wie viel Cash habe ich da bitte sehr? Alter, bin ich krass geworden. Ich kann einmal am Rad drehen heute. Lass mal am Rad drehen. Mal schauen, was wir bekommen. So, 10.000 plus. Bringt mir auch nicht mehr so viel, weil ich bin eh der Beste bisher. Täglich kann ich nochmal 50.000 plus bekommen. Jetzt habe ich schon 1,5 Millionen. Oh, der Typ hier ist richtig groß. Den muss ich aufessen. Der wird mir eine Gefahr sonst. Der wird mir sonst eine Gefahr. Lea, wo bist du denn eigentlich? Hä, Lea, hast du verkackt wieder? Oh, nee, du bist bei 9.000. Warte mal. Nein, nein, alles gut. Ich bin noch hier. Naja, weißt du, jeder ist immer noch größer als ich. Und siehst du diesen gelben Bereich? Ja, bist du da drin oder was? Naja, ich gehe gerade rein. Hey, warte mal. Was, du bist schon so groß? Hä, Lea, bist du dieser kleine Ball da vorne oder was? Oder welcher bist du? Ja, naja, klein kann man das noch nicht nennen, ne? Äh, doch, du bist richtig klein. Ey, warte mal. Wir können hier noch ein Geschenkball ansprechen. Und jetzt, oh, ich bin bei 1,7 Millionen. Warum bin ich so krass, Leute? Okay, einen Moment mal. Ich will eine Sache austesten. Stufe, Freunde, einladen. Ah, Freunde, ich will weitere Skins kaufen. Guck mal hier. Es gibt richtig viele Skins. Ich habe so viel Cash. Dann habe ich mir, denke ich mal, kaufe ich mal einfach einen Skin. Und nebenbei fresse ich den Typen hier vorne auf. Und dann wäre ich so dick, wenn ich den auch fresse. Ich will das gar nicht. Boah, ich kann hier so ein Galaxy-Dings da kaufen. Regenbogen kann ich auch kaufen. Ich kann mir eigentlich alles leisten. Aber ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr für diese Skins hier ganz unten. Weil die kosten 130, 500 Millionen. Der ist... Oh, habe ich denn gegessen? Ich glaube, ich habe jemanden gegessen. Ich habe 13 Millionen Coins da durchbekommen. Wer ist denn der hier vorne? Bist du das, Lea? Die Ananas? Hm, warte mal. Nein, ich bin keine Ananas-Uti. Okay, gut. Weil ich habe die gerade aufgefressen. Und... Hä? Was war was? Und noch habe ich gegessen. Let's go! Alice habe ich auch gegessen. Ey, ich glaube, die sind alle so sauer. Ich fresse die alle auf. Junge, Lea, warum bist du so langsam? Ich bin komplett Platz 1. 10 Millionen hier. Ich habe schon 21.000. 21.000? Ey, wie hast du das denn gerade so schnell gemacht? Du warst gerade noch auf dem 15.000. Ich habe es gesehen. Aber Freunde, okay, jetzt werden wir sie aufressen. Okay, erstmal will ich meinen Skin hier ändern. Boah, den würde ich richtig gerne haben. Gefroren. Der ist richtig cool. Ich kaufe mir mal einen anderen hier vorne. Einen Galaxy-Skin. Der sieht auch mega cool aus. Raha ist auch cool. Aber wir kaufen den hier. Kaufen. Boom. Und jetzt ausrüsten. Und... Boah, sieht der cool aus. Ich bin aber ein Galaxy-Skin. Ey. Hast du mal... Was? Ein Galaxy-Skin? Woher hast du das denn bitte, Ufri? Ja, ich bin halt einfach der Krasseste in dem Spiel. Aber Lea, jetzt mal ganz ehrlich. Wo bleibst du denn bloß? Hä? Ich sehe dich gar nicht. Naja, ich brauche noch ein bisschen... Wow, es gibt hier einen Magneten. Hä? Warte mal, Lea. Ich glaube, Lea will mir Konkurrenz machen. Aber das wirst du nicht schaffen, weil ich bin hier der Größte aus der ganzen Lobby. Freunde, wo ist Lea hin? Hm, da ist jemand, der heißt Orxy. Und... Warte mal, Lea, bist du dieser eine da? Der heißt C-V-Q-L-C... Warum hast du einen komischen Namen? Ah, frag mich nicht, Ufri. Ich glaube, das ist wegen dem Spiel so. Ähm, Lea, jetzt weiß ich, wer du bist. Und jetzt werde ich dich auffressen. Das ist dir schon klar, oder? Warte mal, was? Du meinst, du willst dich nicht auffressen? Doch, das werde ich jetzt nicht auffressen. Ey, du willst doch gerade meinen Kollegen Orxy auffressen. Das ist ein Kollege. Na los, komm her. Ey, sie will gerade einfach Orxy auffressen. Oh nein, ein Stück Gründengegen wird auch... Ey, schau mal, wie schnell du bist. Ey, aber guck mal hier, Lea, wie schnell ich bin, Alter. Ich werde dich jetzt auffressen. Ach, was? Ey, hey, 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 hey. Jam, 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 jam. Du kriegst dich nicht so lange mit dem Neck. Alter. Leute, lass alle Likes da. Ey, was war das denn? Hey, ich habe mir Spieß abgebrochen. Leute, lass alle Likes da und ein Abo dafür, dass ich jetzt hier alle aufesse. Alle liken, um mir dafür, dass ich den Größte bin aus dem ganzen Orxy. Das war ja immer mega einfach, dieses Ziel zu erreichen. Aber vorhin, jetzt muss ich doch Lea auffressen. Das ist mein weiteres Ziel. Lea, ich werde dich auffressen. Komm her. Nein, du wirst mich nicht auffressen. Tschüss. Doch, ich werde dich auffressen. Warte mal, das war ja irgendwie so ein Flammentyp. Naja, der hat sehr gut geschmeckt. Was? Du hast jemanden auffressen? Jetzt werde ich dich auffressen. Ey Leute, und hier sind noch mehr aus meiner Community auch hier drin. Leute, hier ist einfach Orxy und It's Emma. Und die kennen sich, glaube ich sogar. Und Freunde, wisst ihr was? Ich werde die jetzt einfach auffressen. Ich glaube, die werden mich dann de-abonnieren auf YouTube. Komm, lass mal schauen, was passiert, wenn ich die auffresse. Ob die mich dann de-abonnieren und ich dann ein Abo-Minus bekomme. Leute, wir müssen das riskieren. Ich werde jetzt einen kleinen Orxy da auffressen. Tut mir leid, Orxy. Orxy ist jetzt bei 2000. Ich werde die jetzt auffressen. Und Lea, danach werde ich dich auffressen. Komm her, Orxy, jetzt kriege ich dich. Weil das ist natürlich nicht der echte Orxy. Das ist aber, glaube ich, ein Orxy-Fan. Und das ist der Mattes. Den kenne ich, Leute. Der hat mir schon mal geschrieben. Ich werde ihn jetzt auffressen. Und ich glaube, er wird dann richtig sauer. Und er wird mich dann bestimmt beleidigen oder sowas. Aber mal schauen, wie der reagiert. Guck mal, der versteckt sich. Lea, was hältst du davon, dass ich ihn gerade auffresse? Ist das nett oder nicht? Warte mal, was? Der voll schieß, Ugrie. Ich glaube, damit sollst du lieber aufhören. Ey, Orxy, komm her, Mann. Leute, es ist unmöglich, ihn zu kriegen, weil ich zu dick bin, um hier durchzukommen. Okay, das ist echt nicht so einfach. Ah, komm her. Okay, von der Seite. Komm. Ah, nein, Orxy, ich bin entkommen. Orxy, du wirst nicht entkommen. Ich kriege dich. Orxy, komm her, ich kriege dich. Leute, ich bin zu dick. Ich passe doch nicht durch. Hä? Jogi, Jogi, Jogi. Okay, Leute, ich bin echt zu groß. Ich kann die Kleine hier gar nicht mehr fressen. So, wir haben jetzt mittlerweile schon 11 Millionen Größe. Und Lea, du bist erst bei 30.000. Das ist so ein krasser Unterschied. Ich sehe euch alle nicht mehr, weil ihr so klein seid. Oh, ja. Aber, okay, hast du das bitte zu den 11 Millionen geschafft? Das ist ja voll viel. Ich weiß selber nicht. Aber du bist voll viele große Typen, Mann. Oh, guck mal, hier in der Mitte sind voll viele große. Okay, Leute, die muss ich auffressen. Lea, warte mal, wirst du doch gerade verfolgt, oder was? Ja, bitte hilf mir, Ugrie. Ah, Lea, ich helfe dir. Komm zu mir. Ich werde die alle auffressen. Du musst zu mir kommen. Wir sind drei her. Ich sehe es. Und der eine will den einen fressen. Der eine will dich fressen. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, ja. Ja, oh, 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 oh. Die Ohren. Hä, hast du gerade auch gegessen? Ja, aber warte mal, du musst mir immer noch helfen. Okay, warte, ich helfe dir. Ey, versuch irgendwie in meine Richtung zu kommen. Dann fresse ich den einen Typen hinter dir. Okay, okay, na los. Ah, ich fresse dich, ist so spart. Ey, warte, warte. Komm her, komm her, komm her. Let's go, du fressen. Nein, du bist immer noch zu lahm. Ah, ich bin wirklich zu lahm. Komm, den einen kriege ich den hinter dir. Der wollte dich auch fressen. Jetzt kriegt der Karma, Leute. Oh, komm her. Was macht Clara da? Clara, du musst aufpassen. Warum bin ich so... Ich bin voll langsam als Riese, habe ich das Gefühl. Die sind irgendwie alle schneller als ich. Es ist unmöglich, die Leute jetzt noch zu fressen. Aber ich versuche es einfach trotzdem. Ich werde ihn jetzt die ganze Zeit verfolgen. Tja, mein Lieber. Du hinkommst du nicht. Oh, da ist der kleine Orksi wieder. Und er wird direkt wieder gefressen. Der arme Orksi wird direkt wieder gefressen. Ey, 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 Leute. Komm mal her, Alter. Jetzt kriege ich euch aber. Jetzt kriege ich euch aber. Aber jetzt reicht es mir. Jetzt reicht es mir. Wow, Uri, schau mal, ich bin so ein Hase geworden. Wie süß. Oh, was? Okay, ich habe einen Galaxy-Skin. Ich finde den aber cooler als den Hasen. Hier vorne ist ja noch so ein Hase. Clara hat auch einen Hasen. Wie viel kostet der Hase? Wie viel hat der gekostet? Äh, ich weiß. Ich glaube, 6.000. 6.000? Ey, ich habe 13 Millionen. Ich kann mir voll noch die krassen Sachen leisten, merke ich gerade. Ich will aber unbedingt hier so... Boah, der sieht auch cooler aus, der Glass-Skin, oder? So einen gefrorenen will ich auch holen. Okay, guck mal, das Ding ist, ich kann mich hier hinter dir. Wenn die sich hier hinten verstecken. Ja, guck mal, wie der mich auslacht, weil ich zu dick bin, um da durchzukommen. Naja, immerhin bin ich der größte Halter, Tuna-Hahn. Und du wirst mich nicht kriegen, solange du mich nicht auffrisst. So, Geschenk ist bereit. Was kriege ich denn jetzt? 10.000 nochmal. Let's go, Leute. Das können wir uns auf jeden Fall schon mal gönnen. Lea, weißt du, ich habe dich noch immer nicht gefressen, aber jetzt wird es Zeit. Ich werde dich jetzt fressen als größter Ball aller Zeiten. Oh, yeah. Nicht fressen, dafür bist du immer noch zu langsam, Uri. Okay, Leute. Schaut mal, was wir uns jetzt hier vorne kaufen werden. Psch, ganz leise, Leute. Lasst einen Like da und ein Abo, damit wir es kaufen. Und dann werden wir leer fressen, okay? Aber erst mal, bevor wir leer fressen, testen wir das Ganze aus. Und wir benutzen mal diese Geschwindigkeits- und Geschwindigkeits-Bus bei anderen. Okay, wir wollen mal schauen, ob der überhaupt funktioniert. So, warte, wir holen uns das gleich. Wir gehen mal zu den Typen da vorne. Der ist den ganzen abgehauen. Jetzt müssen wir das Thema doppelte Geschwindigkeit. Jetzt wollen wir gehen mal, Leute. 3, 2, 1. Und Like abonnieren, Leute. Und... Oh, oh. Ja, bin ich doppelt so schnell. Let's go. Jetzt bin ich schneller als der Typ. Komm her, ich fresse dich auf. Der wundert sich bestimmt. Oh, ich habe den Hase gegessen. Und ich habe den Typ gegessen. Weg mit dir. Ja, let's go. Ich bin jetzt einfach doppelt so schnell. Wie, wie, wie lange bin ich so schnell, Leute? Ist die Frage, ne? Wie lange werde ich jetzt so schnell sein? Okay, ich drehe mal hier im Rad. Und die andere verfolge ich jetzt auch alle, wenn ich so schnell bin schon. Guck mal, ich habe drei weitere Spins bekommen. Okay, dann drehe ich nochmal im Rad. Jetzt bekomme ich 5.000 Größe nochmal dazu. Okay, alles klar. Nochmal 5.000 Größe. Oder Size Portion. Nein. Ist ja richtig OP. Ey, Lea, ich sehe gerade, du wirst verfolgt, Junge. Ich rette dich. Komm her. Ja, komm her. Ich rette dich. Das ist ein Zimmel. Schau mal, der sieht aus wie so ein Mafia-Typ oder so. Oh, ja. Stimmt, der ist richtig reich. Schau mal, was der für Augen hat. Aber er weiß nicht, ich werde ihn trotzdem auch fressen. Komm her, Mann. Ja. Der Arme. Ey, Lea, du bist auf dem zweiten Platz. Du machst mir langsam Konkurrenz. Das ist erst mal 54.000. Ich habe alle großen gefressen. Lea, es wird Zeit. Es tut mir leid. Aber schau dir das jetzt mal an, was ich jetzt drauf habe. Wenn du das gleich siehst, dann wirst du aus, was Leute. Schaut euch das mal an. So, wo können wir hier vorne unser Tränkhaus essen? Hier vorne. Okay. Zweimal Größe. Alter, ist das OP. Okay, Freunde. Drei, zwei, eins. Alle Like abonnieren und Boom. Äh, was zum... Ach so. Okay, verstehe. Wenn ich jetzt jemanden fresse, dann kriege ich sozusagen doppelte Größe. Aber das bringt mir jetzt nicht so viel eigentlich. Ich dachte, ich werde jetzt einfach doppelt vergrößert. Okay, wie lange werde ich jetzt noch schnell sein? Komm mal, wir fressen den Kleinen hier wieder. Bin ganz abgehauen. Das ist gut. 8.000, wie viel kriege ich plus? Okay, so viel plus kriege ich jetzt auch nicht. Ich habe schon 13 Kills, Alter. Ich bin einfach der heftigste, Leute. Und gleich, wenn ich die will, habe ich wieder alles verloren. So wie immer, Freunde. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt auf die Mission begeben und werden Lea fressen. Weil langsam reicht es mir, Leute. Langsam reicht es mir, Lea, auf dem zweiten Platz. Langsam muss ich sie auffressen, weil sonst macht die mir wirklich doch zu viel Konkurrenz. Das würde ich sagen. Warum kommst du so viel näher? Lea, ich werde dich jetzt auffressen. Nein, was, das kannst du doch nicht machen, Uri. Oh, doch, das kann ich. Nein, 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 das steckt fest. Oh Mann, sie hat mich abgehangen. Aber Lea, keine Sorge, ich bin schon wieder hinter dir. Komm her. Nein, was, ey. Nein, das kannst du nicht machen, Uri. Wir sind doch besser Freunde. Nein, nein, das sind wir nicht, Lea. Ab sofort bist du in meinem Magen und mehr auch nicht. Was, 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 ey. Nein, 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 Uri. Ja, let's go. Freunde, und wir haben es geschafft. Schau mal, Clara, laufe, ey. Oh, komm schon, ich krieg dich, Lea. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Was? Ja, ich hab dich gefressen, Lea. Was sagst du dazu? Du hast mich wirklich gefressen? Oh Mann, dieses Spiel ist so doof. Ich geh sofort raus, Mann. Hey, was soll das heißen, Lea? Ey, ist die jetzt, hat die verlassen, Leute? Weißt du was, Uri, ich beende die Freundschaft. Du kannst nicht Spaß mit mir haben. Ey, ist nicht dein Ernst, oder? Ey, Leute, Lea hat jetzt einfach die Freundschaft beendet wegen Roblox, Leute. Okay, wisst ihr was? Ich bin trotzdem der Größte, haha. Also könnt ihr mir nix. Hey, junge Orks, ich hab mir mal zehn, das ist ja kleinste. Naja, Leute, wie auch immer, lasst ein Like, da bitte aktiviert, die Glocke, falls es euch gefallen hat. Wenn ihr wollt, dass ich noch einen Kollegen hier prank, vielleicht Orks oder so, und die auffresse, den Roblox beifressen, dann schreibt mir in die Kommentare, wie ich jetzt nächstes pranken soll. Leute, ihr seht ja, ich bin ja irgendwie der Beste einfach in dem Spiel. Aber Leute, trotzdem, drückt auf die nächste Folge und ciao, ciao, ihr seid die Besten. Let's go! Ich bin mir irgendwann leer, entschuldige, die Arme, Leute, die weint einfach.